Puh, okay, Leute. Wir sind wieder einmal... Okay, das war jetzt scheiße. Ah, fuck, jetzt komme ich hier nicht durch. Wir sind wieder einmal davon gekommen. Hier. Hier. Da liegt die Flair, die ich dummerweise geworfen habe. Okay, hier haben wir eine Notiz. Aber draußen ist schon wieder ein Monster, so ein Scheiß. It's a sad time. Over the years I've built up this cleaning from nothing more than an... Das kennen wir doch schon, oder? Ähm. Und ich weiß nicht, wie wir jetzt diesen Brief wieder wegbekommen. Das Problem hatte ich doch eben schon, ne? Hat sich das Spiel aufgehängt. Ach so, aber Flair werfen geht, oder was? Ich will, dass du diesen Brief jetzt hier wegmachst. Wie? Ich muss einfach linke Maustaste, rechte Maustaste drücken. Dann geht der Brief weiter. Ja, geil. Geil, Schneckball. Weißt du, das ist ein Horror-Game hier. Und Kain, mach dich zum Affen-Game. Oh, sehr gut. Die Flair geht schneller aus, als ich gedacht hätte. Wir gucken mal vorsichtig. Um die Ecke ist es niemand da. Gut. Da müssen wir hin. In diese Richtung. Das heißt, wir gehen da vorne, wenn es möglich ist, links. Cool. Hier kann man durchgucken. Interessant. Ich fürchte, ich muss gleich wieder eine Flair werfen. Am besten dann in diese Richtung. Könnt ihr da was sehen? Ne, ihr seht noch weniger als ich. Ob die da durchkommen? Ist hier der Ausgang? Ich muss gerade sagen, da ist einer im Badezimmer. Das ist nur irgendwie, keine Ahnung. Scheiße, hier ist eine Sackgasse oder was? Hier geht es nicht weiter. Das ist Case Locked. Die hatte fast wieder C gedrückt. Hier ist tatsächlich nichts. Was ist denn das für ein Scheißraum? Müssen wir tatsächlich... Fuck, ey. Ich werde hier niemals rausfinden. Niemals. Da ist einer. Er geht aber weg. Der sich verletzt, wenn er da durchkommt. Oder verletze ich mich? Wir können jetzt hier einfach mal links abbiegen. Das ist die falsche Richtung. Das ist alles die falsche Richtung. Ich verstehe es nicht. Jetzt müssen wir da. Müssen wir hin. Ich habe keine Flares mehr. Ich habe keine Flares mehr. Weil ich so behindert bin und die ständig falsch... Ja, siehst du, das ist hervorragend. Das ist wirklich... Kommen wir hier eigentlich her? Okay, komm. Jetzt gehen wir mal hier lang. Ich weiß nicht. Ich bin ja eben schon wieder so... Panisch losgerannt. Ja, hier kommen wir her. Hier habe ich doch drin gesessen. Mit der Flair, die ich geworfen habe. Richtig? Aber der Schrank ist zu. Hier waren wir noch nicht. Und da ist auch ein Ding. Eine Waffe? Keine Flair werfen, Schnecki. Geile Scheiße! Jetzt laufe ich am Mock, glaube ich. So, liebe Leute. Ich wusste, dass da geile Waffen drin sind. Und der nächste, der kommt, wird hier... Aber... Nein, wir reißen uns zusammen. Ganz ehrlich, man soll hier... In diesem Spiel schleichen, bestmöglich. Na, weil... Aber dann geben die einem hier solche Dinge in die Hand. Na? Du solltest nicht zu mir herkommen. Nein, solltest du nicht. Ich will jetzt den Weg, ehrlich gesagt, nicht zurückgehen. Das ist doch scheiße. 30 Schuss haben wir. Da ist schon wieder einer. Zwei haben wir jetzt sogar. Die könnten wir richtig hier... Der läuft nach... Ach, guck mal. Okay. Ja, wir kommen halt von rechts, ne? Könnt ihr bitte wieder zu den Flares gehen? Oh, ich sitze hier schon wieder so mega angespannt. Ich würde gerne trotzdem einmal nach links schauen. Aber es waren gar keine Spinnen mehr da, ne? Vielleicht war das wirklich eine einmalige Sache. Oh. Hier ist... Oh, ein Erste-Hilfe-Kit. Feeling better already. Yeah, feeling better already. Noch... Noch ein Schlüssel? Oh. Okay. Ich freue mich auf die nächste Kiste. Also, ich wüsste theoretisch, wenn wir zurücklaufen, ne? Gibt es Kisten? Wir könnten... Wo gehen wir denn mal hin? Wollen wir da geradeaus rüber mal gucken? Und dann können wir da lang gehen, würde ich sagen. Irgendwo wird es hier schon einen Weg nach draußen geben. Bisschen Pufflicht hier. Ist doch auch nett. Scheiße. Okay, da... Was soll das denn? Na, dann eben nicht. Okay, komm. Der sieht uns nicht. Gehen wir also hier lang. Wenn die das so wollen. Machen wir das einfach. Das... Dieses Gewitter hört auch einfach nicht mehr auf. Hoffentlich finden wir noch eine Kiste. Und hoffentlich ist hier irgendwo der Ausgang. Wir müssten halt irgendwie mal wieder abbiegen. Und zwar rechts. Das können wir hier aber. Irgendwo ist hier ein... Ich will Flares. Weißt du, am Anfang habe ich sie verflucht. Jetzt will ich sie. Toll. Da geht's hoch. Ich glaube, hier sind auch schon wieder Flares. Die ich panisch umhergeworfen habe. Ich würde gerne... Das Problem ist, dass wir halt auch dieses Monster anlocken. Also diesen... Dieses Mega-Ding, was uns killt. Ne? Diese grünen Tentakelarme da. Ach so. Das ist dieser riesige Raum. Scheiße. Ich will die Treppe da hoch. Na gut, komm. Wir gucken mal erstmal in den Raum. Da. Ja, 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 ja. Da ist ein Case. Da ist ein Case. Case. Hier waren wir doch auch schon. Was ist das? Eine Pistel. Wir haben jetzt... Diese hier. Das Brett. Und das Ding. Okay, ich glaube, wir haben dann nochmal Moon bekommen für die Pistel. Da haben wir jetzt nämlich 20 Schuss. Also wir sind richtig gut ausgerüstet. Mittlerweile. Ich fürchte, ich muss die töten. Ich komme hier sonst nicht hoch. Wieso latschen die da überhaupt lang? Ich weiß ja auch noch nicht mal. Aber von da kommen wir. Das ist definitiv scheiße. Okay, komm. Wir können ja mal... Ich riss... Ganz ehrlich, Mann. Geh da jetzt mal weg. Sonst bist du gleich die längste Zeit gewesen. Geile Waffe. Ekeliges Ding, du. Oh, hier waren wir doch. Ach Mann, was ist denn das für ein Irrgarten? Das ist auch die falsche Richtung. Ich verstehe es nicht. Ich weiß... Ich weiß... Ich weiß einfach nicht, wo lang. Wir sind im Kreis gelaufen. Wir sind richtig im Kreis gelaufen. Einfach mal. Wir gehen mal hier rüber. Guck mal, da kann man noch lang. Ich werde schießen. Mein Gott, ey. Hier liegt schon wieder ein Case. Wir haben leider keinen Schlüssel mehr. Ja, vielleicht finden wir aber... Yeah. Langsam sind ja hier Schlüssel wie Sand am Meer. Quasi. Finden wir vielleicht hier noch eine hübsche Kiste. Ne, ich glaube, hier waren wir tatsächlich schon. Wie eigentlich überall. Von da sind wir jetzt gekommen. Da bin ich auch schon lang gegangen. Ja. Komm. Wir müssen irgendwo hier in diese Richtung. Das ist einfach so. Wir gehen jetzt hier zurück. Denn da hatten... Hatten wir ja auch... Guck mal, hier... War da jetzt noch eine Kiste. Wir gehen vorsichtshalber kurz gucken. Ja. Oder ist das die, die wir schon geöffnet haben? So, jetzt gucken wir mal. Guck mal. Ja, das ist alles Moon, was wir dann bekommen. 30 Schuss. Richtig gut. Aber wir behalten erstmal hier... ...dies Ding in der Hand. Wir haben langsam schon alle Wege hier. Irgendwie. Vielleicht, ob die Viecher neu spawnen. Eigentlich. Oder bleiben die tot, wenn wir die einmal abballern? Guck mal. Und jetzt kommen wir doch wieder in den Raum. In eine Sackgasse kommen wir wieder. Ich, äh... Ich, äh... Ja. Ach so. Das ist die Flair, die ich versehentlich falsch geworfen habe. Ich kann mich erinnern. Ach Mann. Aber in diese Richtung müssen wir. Ich verstehe das nicht. Kann ich die Wand hier vielleicht einschlagen? Scheiße, Mann. Ich weiß es nicht. Gehen wir mal hier lang. Ist auch irgendwie falsch. Aber... Ich höre hier schon wieder Flairs. Da. Wir gehen mal hier gucken. Ach, hier waren wir doch auch schon. Das ist doch auch wieder nur ein Scheißraum da. Hier waren wir überall schon. Wie kann man sich in diesen paar Räumen denn auch noch verlaufen? Ich meine, so riesig ist es nicht. Guck mal hier. Haben wir den Schlüssel gefunden? Da geht es nicht weiter. Gut. Gehen wir in diesen Raum zurück. Das kommt, weil ich wahrscheinlich... Wir müssen vielleicht nochmal zum Anfang zurück. Okay. Gehen wir hier nochmal weiter. Wollen wir mal Licht anmachen? Ein bisschen rumballern? Komm, wir machen mal Licht an. Ich könnte vielleicht... Da ist einer. Ich würde gerne schießen. Ich würde super gerne schießen. Guck mal, hier können wir... Das geht ja... Ah! Ah! Ich würde so gerne schießen. Weg hier, weg! Jetzt kommt das Ding! Nein! Bitte nicht! Ich bin ganz ruhig! Es geht weg, oder? Wir können uns rauswagen. Also, das war schon wieder ein richtiger Fail. Wenigstens keine Spinnen hier, aber in diesem Irrgarten weiß ich einfach nicht, wo es weitergeht. Guck mal, hier sind 10.000 Stück. Ich weiß nicht, wo lang. Geradeaus. Komme ich nicht lang. Nein! Psst! Scheiße, wir haben auch nicht mehr so viel Energie. Aber vielleicht können wir jetzt einfach hier geradeaus durch. Wenigstens lassen die sich relativ einfach töten. Ich sehe jetzt auch nichts mehr! Was ist das denn? Was? Gott, wir sind fast tot. Alter, das überleben wir nicht mehr lange. Scheiße, Mann, dann ist es auch egal. Ich töte dich jetzt! Ja! Guck mal, der stirbt auch nicht bei einem Headshot. Ja, super. Ein paar Schuss haben wir noch. Komm, ihr könnt mich jetzt alle mal... Wo müssen wir eigentlich... Als ob die sich wegporten, ne? Geht's hier vielleicht raus? Vielleicht ist das ja hier der Ausgang. Waren wir hier schon mal? Was ist mit diesen Türen? Wollen wir die abmachen? Wartet mal. Ich hab doch hier... G. Wir probieren das einfach mal. Irgendwie musst du hier eine Tür aufgehen. Hier muss der Ausgang sein. Mach auf! Wir probieren die andere Tür auch nochmal. Keine Tür geht auf. Das hat also wirklich keinen Zweck. Jetzt sind wir wieder an der Treppe nach unten. Aber hier sind keine... Sind wir hier wieder ganz am Anfang? Wo sind wir? Ja, nicht... Haben wir den Ausgang gefunden, Leute? Ich glaub, wir haben den Ausgang gefunden. Wir haben's geschafft! Ja! Callift! Yes! Oder? What are those awful sounds? Wir sind hier immer noch nicht raus? Wir sind hier woanders? Wo sind wir denn jetzt? Und wir sind hier woanders? Wir sind hier oben, wir sind hier oben. 여기 woanders einfach definierbar. Und jetzt, wo soll das wirklich Nice iş Prinz? Wir sind hier oben! Vielen Dank.